Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 19. Oktober. Heute dabei Apple-Event, Uber Eats, Google Maps, Swarm und Spotify. Beginnen tun wir mit Apple, denn die haben jetzt einen neuen Event angekündigt und zwar für den 30. Oktober in Brooklyn. Und ja, was erwarten wir da? Ja, Apple verrät es natürlich nicht, die sagen einfach nur, there is more in the making. Also es ist mehr in der Mache, aber was steht halt an? Neue iPads, die müssten halt wieder auf Vordermann gebracht werden und rechtzeitig zu Weihnachten natürlich. Und eventuell auch mal einen Blick auf den neuen Mac Pro, der im nächsten Jahr erscheinen soll. Aber wie immer, viel Spekulation, warten wir es denn mal ab. Was ja, nicht mehr abgewartet wird, beziehungsweise anscheinend vom Tisch ist, ist, dass Uber Deliveroo kauft. Deliveroo, das ist ja ein Essenslieferdienst, wo man halt einfach was bestellt und der Fahrer fährt zu dem Restaurant, holt das Essen und bringt es euch nach Hause. Sprich, nicht, dass der Laden halt immer liefern würde, also von sich aus, sondern einfach, man hat so einen Mittelsmann, der einfach den Weg übernimmt, das Essen abzuholen. Ist relativ populär in den Großstädten der Welt, gibt ja diverse Dienste, die das gleiche Konzept verfolgen und unter anderem halt auch Uber, denn die haben Uber Eats. Das ist ja in Amerika natürlich weitaus verbreiteter als in Europa. Ich glaube, in Berlin sind die auch aktiv, wenn ich sie recht im Kopf habe. Und Deliveroo, die kommen halt aus England und haben ganz stark den Fokus auf Europa. Von daher wäre eine Übernahme durchaus sinnig gewesen, dann hätte Uber entsprechend den ganzen Markt für sich. Also sprich, nicht den kompletten Markt, es gibt ja immer noch Konkurrenten, aber sie hätten halt schön USA und Europa abgedeckt. Aber anscheinend, ja, wird das jetzt wohl doch nicht passieren. Amazon war übrigens auch interessiert an Deliveroo. Das ist dann auch irgendwie komisch oder auch vielleicht auch nicht. Dann können die Essenslieferanten gleich irgendwie Amazon-Paket mit ausliefern oder auch für Amazon Fresh arbeiten. Also es gibt viele Möglichkeiten und der Markt muss sich da vielleicht noch sondieren. Ist ein sehr interessanter und langer Artikel aus der Gründerszene, den ich in den Show Notes verlinkt habe. Auch das Thema Ghost-Restaurants, also sprich Restaurants, die eigentlich gar nicht existieren, sondern nur eine Küche haben, wird da auch nochmal angegangen. Das finde ich auch immer sehr spannend, aber das ist so lang jetzt für die Daily. Deswegen ab zum nächsten Thema und zwar zu Google Maps. Die haben ein neues Feature, was jetzt rauskommt, also direkt für iOS und Android, wird freigeschaltet. Und zwar kann man seine Ankunftszeit teilen. Also den ATA, Estimated Time of Arrival, die Ankunftszeit, die kann man jetzt ganz einfach mit einem Lieblingskontakt scheren, aus der Navigation heraus und das auch über Drittanbieter-Anwendungen, wie zum Beispiel den Facebook Messenger oder WhatsApp. Ja, also gute Sache. Ich benutze dafür immer Glimpse. Da sage ich immer gern, das ist die geilste App, die keiner kennt. Denn mit Glimpse kann man was ähnliches machen. Und ich bin gespannt, wie Google das jetzt hier umgesetzt hat und ob ich damit switche. Ja, was ich schon länger nutze und eben nicht switche, das ist Foursquare-Swarm. Das ist ja ein altes Steckenpferd von mir. Und jetzt steht Swarm 6.0 an. Und ich habe es so schön heute auf Twitter, glaube ich, geschrieben. Tja, langsam haben wir wieder Foursquare wieder, nur in orange und mit anderen Namen. Denn damals wurde ja Foursquare geteilt in Foursquare und Swarm, die App, mit der man entsprechend eincheckt, dass man beispielsweise in einem Café isst. Dann checkt man da ein und wenn man Glück hat, kriegt man auch einen Kaffee umsonst, wenn man der Mäher ist. Ihr kennt das bestimmt. Ja, und da wurde halt ganz viel rausgenommen und jetzt wurde wieder ganz viel hinzugepackt. Und mittlerweile haben wir halt auch wieder die Möglichkeit, Tipps direkt zu hinterlassen, Tipps zu lesen, direkt eine Bewertung zu machen. All das, was die ganze Zeit nicht mehr ging und wozu man immer zu Foursquare wechseln musste, was total absurd ist, ist jetzt in Swarm 6.0 wieder mit drin. Also ernsthaft, es sieht aus wie Foursquare, bevor sie es getrennt haben. Also ich weiß gar nicht, warum da Foursquare überhaupt noch Sinn macht, in Anführungsstrichen, außen, dass man da eine bessere Suche hat. Die könnte man in Swarm auch integrieren und dann wären wir wieder bei einer App. Totaler Irrsinn, wie ich finde, aber ich freue mich trotzdem, dass da was passiert, weil ich den Dienst und die Firma ja immer noch sehr mag und immer noch für die beste Datenbasis in Sachen Orte im Internet halte. Auch wenn Google Maps da ordentlich aufgeholt hat. Ja, ein letztes Thema für heute, Spotify. Auch die haben wieder was aktualisiert und zwar ihr Premium-Angebot in der App. Eine neue Navigation wird angepasst, jetzt gibt es Homesuche und deine Bibliothek. Es gibt neue Vorschläge, die sich nach den Hörgewohnheiten auch ständig ändern. Neue Kategorien mit schönen neuen bunten Icons. Also eigentlich ganz schön, war vielleicht auch irgendwann mal fällig, ein bisschen moderner zu werden, weil gefühlt ist die Spotify-App vom UI nicht so der neueste Schrei gewesen, finde ich. Aber am Ende des Tages ist es ja einfach wichtig, dass man die richtig gute Musik da findet, die man sucht. Ja, das war es dann auch schon für heute. Ab geht es in den Freitag und dann in den Wochenende. Und ab Montag wird euch der Martin wieder mit News versorgen. Also habt ein tolles Wochenende und bleibt positiv. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.